Lasset uns jetzt ungemein aufgeweckt und froh und munter sein. Ich bin bemüht auf gut Gelingen, euch ein Lächeln abzuringen mit einer Rede hier aus dieser Büt. Doch halt, so einfach ist es nicht, denn so ein Vortrag, der kostet Nerve. Weil wir Redner müssen wissen, was wir dürfen. Nicht zu haarig, nicht zu pasch, sonst hat der Präsident dich gleich am allerwertesten. Auch thematisch muss man voll ins Zentrum zielen, mit auserwählten Worten spielen, in wohlgeformter Ausdrucksweise und wehe dir, du redest schlecht über den Vorstand. Ja, was hat mir's freue doch so gut, mit so einer richtig Mundart-Bambelschnut. Doch heut, heut bittet das Präsidium jeden Redner exaltiert zu reden. Ich hoffe nur, es wird mir glücken, mich klar, verständlich auszudrücken. Denn nicht, dass ich, weil ich blöd vielleicht die Rede nicht rette tät, und dann von euch gebabbelt werd am Ende, dass ich die Rede nicht retten könnt, weil ich so gebabbelt rett noch niemals vorgebabbelt hätt. Also darauf könnt ihr jetzt ne Wette wette, dass ich eine Rede rette, und wenn ihr da drüber könnt noch lachen, dann ist das alles eine reine Nervensache. Vielen Dank.